warm me up eine wunderbare initiative von angelika steele und andreas rolle deren idee ich jetzt einfach mal aufgreife ich mit dem was ich mache ich muss mich eigentlich gar nicht aufwärmen oder hochwärmen denn ich bin moderator das heißt für mich muss es im grunde einfach nur wieder losgehen dann bin ich direkt am start also deswegen hoffe ich dass diese ganze veranstaltungsbranche die kulturbranche und alles was damit zusammenhängt dass es endlich wieder so losgehen darf und kann dass wieder bühnen aufgebaut werden das publikum davor steht und dass menschen wie ich nämlich moderatoren auch wieder gebraucht werden die dann verbal alles auf der bühne koordinieren mit allen künstlern und alles was damit zusammenhängt und damit ich bis dahin nicht in vergessenheit gerate und in meinem redefluss immer irgendwie so ein bisschen im flow bleibe gibt es natürlich auch jetzt schon produkte und dienstleistungen die könnt ihr in anspruch nehmen von mir und zwar sind das podcasts per video oder per audio und mein produkt das gibt es seit ende letzten jahres es ist die radio show das ist eine radio show geschlossen läuft nicht öffentlich die könnt ihr aber an menschen verschenken die geburtstag haben jubiläum denen einfach mal was tolles schenken wollt etc aber das ist alles weiter unten im link erklärt bis dahin hoffe ich für uns alle dass es bald wieder richtig losgeht bleibt gesund bleibt negativ euer moderator christian scheler aus wiesbaden gut und aus wiesbaden ich ich mich ich 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 Vielen Dank.